Lukas Höberl da mit dem, jetzt die große Chance und noch einmal, und das 1 zu 0, Edin Serdarevic bringt hier den Außenseiter in der 17. Minute in Führung, Edin Serdarevic. Da dachte man in den letzten Minuten, der SV Hirte Kreik übernimmt hier die Initiative, und dann spielten die St. Veyter endlich so, wie ich es euch angekündigt habe.